Hallo meine Lieben, viele von euch haben mich gefragt, ob sie mal zuschauen dürfen bei einer Yoga-Praxis von mir im Garten und ich lade euch heute herzlich ein, dass ihr zuschaut und vielleicht sogar selber mitmacht. Das Ganze ist so konzipiert, dass ich wenig dazu sagen werde oder fast gar nichts und euch aber wirklich gut sage, wie man in die Asanas richtig steht, damit ihr eine coole Yoga-Praxis vielleicht auch bei euch im Garten oder in irgendeinem Park haben könnt. Also, wir fangen jetzt gleich an. Musik 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 – Musik 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 » Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020